Gute Morgen und willkommen zum neuen Video von mir. Ich möchte euch heute mal eine kleine Tasche, eine kleine Sicherheitstasche, wie ich es mal bezeichnen möchte, von Travalto zeigen und mache euch gleich im Anschluss an den ersten Vorstellungen einen kleinen Test, wie das ganze auch aussieht. Geliefert wird das ganze Thema hier in so eine Plastiktüte mit einer kurzen Anleitung, unter anderem in Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter und so weiter und da wird auch ganz kurz mal auf das ganze eingegangen. Das ist wie gesagt eine Gürteltasche, ich bezeichne es mal als Sicherheitstasche, im Laufe des Videos wird klar weshalb. Die wird einfach am Gürtel befestigt und dann in der, unter dem Hosenbund getragen. Hosenbund geht nicht, da, wie gesagt, es ist einfach dann zu eng und zu umständlich auch. Die Tasche bietet einen mit einem Hauptfach und zwei Nebenfächern Platz für Geld bla 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 und wird farblich angepasst an den jeweiligen Gürtel. Wie gesagt, das sind die drei Sachen, die jetzt dabei stehen und da würde ich mal jetzt ganz kurz darauf eingehen. Zum einen hier seht ihr schon mal die verschiedenen Schlaufen, die man dann befestigen kann und laut Hersteller kann man das sozusagen in die Hose, im Hosenbund reinstecken. Meiner Meinung nach ist es nicht so gut bzw. geht es nicht wirklich, weil in die Hosentasche geht es. Hosenbund muss man die Hose aufmachen, muss man den Gürtel aufmachen, muss das ganze rein, wieder raus. Ich finde es sehr umständlich, da ist wirklich die Hosentasche, wenn man eine große hat, besser, sonst macht es keinen Sinn eigentlich. Hier hinten ist es mit Stoff, hier vorne ist es mit so einem abweisenden Stoff, plastikmäßig auch, ist eigentlich nicht schlecht und klappt da nicht ganz gut. Hier innen seht ihr, sind die Fächer, die Hauptfächer, das Hauptfach und zwei kleinere Fächer. Das heißt, hier sieht man, doch hier sieht man es eigentlich ganz gut. Wie gesagt, das eine Fach, das zweite Fach, hier kann man dann Schlüssel, hier kann man dann irgendwie Geld und hier einen Geldbeutel reinmachen und dementsprechend klappt es eigentlich ganz gut. Ich habe das Ganze jetzt mal auch mal euch hier vorgeführt. Das heißt, hier seht ihr auch ganz gut, wie man das dann macht, wie man das befestigt. Das heißt, ganz mal Gürtel aufmachen, Schlaufe raus, dann jeweilige Schlaufe rein, ob es ein heller oder ein dunkler Gürtel ist. Dann wieder normal sozusagen den Gürtel auch zumachen und dann kann man das eigentlich ganz gut rein und raus machen. Bei dickeren Geldbeuteln ist es ein bisschen friemelig, weil einfach das Problem ist, dass dann halt klar, das stößt ein bisschen an und aber wenn man dann irgendwie wirklich noch unterwegs ist mit einem relativ dünnen Geldbeutel, gegebenenfalls nur mit den Kreditkarten-Etui ist es eigentlich dann eine Möglichkeit, ganz gut damit zu machen, zu arbeiten und dann natürlich auch einen Schlüssel rein und dann passt es eigentlich ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, für unterwegs ist das Teil wirklich für mich gut. Okay, ich habe es jetzt zweimal mitgenommen gehabt und da war wirklich dann die Sicherheit für mich gegeben. Zum einen durch den Reißverschluss, den ich halt wirklich manuell aufmachen muss. Dadurch, dass es ein sehr festes Material ist, ihr habt auch gesehen im Video, ich habe es auch kurz angezogen, die Schlaufen halten auch wirklich, auch wenn man nur eine Schlaufe hin macht und dementsprechend kann ich das wirklich eigentlich so auch empfehlen. Auch wenn es jetzt nicht in Hosen bunt reinkommt, sondern nur in die Hosentasche. Dann war es das von mir. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu der Tasche oder zu dem Video, meldet euch einfach bei mir in den Kommentaren und ich würde mich dann kurzfristig bei euch wieder zurückmelden. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Servus!